Rennen 1 in Portimao und ein super Start von Dominik Holzen, der auf dem Weg zur ersten Kurve gleich den Trainingsschnellsten Julius Martin attackiert. In Kurve 1 muss er zurückstecken, wird von Michael Niemers touchiert, der mehrere Positionen verliert. Der Start hier aus dem Cockpit von Björn Skottke, der den Bremspunkt verpasst, in seinen Teamkollegen Bodo Kräling hineinkracht, der quer durch das Feld schießt. Wie üblich, turbulente Szenen in der RCCO E-Sport Series. Julius Martin kann sich an der Spitze gleich in der Anfangsphase absetzen. Dahinter ein Duell zwischen Andre Dietzel, dem Tabellenführer, und Dominik Holzen. Rundenlang ist es ganz knapp zwischen den beiden, bis Dominik Holzen schließlich einen kleinen Fehler macht und das Rennen vorzeitig aufgeben muss. Davon profitiert Michael Niemers, der Dritter wird und sich damit für das Superfinale qualifiziert. Sieger aber zum ersten Mal in der RCCO E-Sport Series. Julius Martin vor Andre Dietzel. Reverse-Grid im zweiten Rennen und damit Dominik Holzen, der Pechvogel des ersten Rennens auf der Pole Position, wieder mit einem Superstart, übernimmt sofort die Führung vor mehreren BS-Power-Sport-Autos. In der ersten Kurve geht noch alles gut, alle sehr vorsichtig, aber in Turn 2 dann etwas Tumult, Kollision im BS-Power-Sport-Lager, Dreher, Kontakt, mehrere Fahrzeuge kreiseln von der Strecke. Julius Martin, der Sieger des ersten Rennens, tut sich sehr schwer in der Anfangsphase. Dirty Air am Steuer des iX Zero, ein großes Thema. Es dauert eine Weile, bis Julius Martin in Fahrt kommt. Hier schnappt er sich, Stefan Warschau, den Teamkollegen von Michael Niemers. Und dann beginnt ein rundenlanges Duell zwischen Julius Martin und Björn Scottke im weißen eX Zero, der sich einfach nicht überholen lassen will vom Sieger des ersten Rennens. Immer wieder probiert es Julius Martin mit der Startnummer 94. Das ist übrigens sein Geburtsjahr. Er wird bald 27 Jahre alt. Kein Weg führt vorbei am eX Zero vom Slotka-Champion Björn Scottke. Bis es schließlich dann doch gelingt, auf der Start, Zielgeraden, aus dem Windschatten heraus, geht Julius Martin vorbei am Björn Scottke, der noch einmal kontert. Eine kleine Berührung, aber dann ist Martin vorbei auf dem vierten Platz. An der Spitze derweil ein packendes Duell zwischen André Dietzel und Dominik Heussen um den Sieg. Heussen lange Zeit auf Platz eins, muss sich aber schließlich ebenfalls auf der langen Start Zielgeraden André Dietzel beugen, der damit die Führung übernimmt und für TV Racing einen weiteren Sieg herausfährt. Dietzel also erneut auf Platz eins der Tabellenführer vor Dominik Heussen und erneut auf Platz drei Michael Niemers, knapp vor Julius Martin. Und der Tabellenführer nach vier Rennen heißt weiter André Dietzel. Entsprechend groß die Freude bei ihm.